Ich fühle mich sehr glücklich, dass ich hier sein darf. Ich hatte ein ganzes Jahr Zeit, jetzt über die Aufstellungsarbeit vom letzten Jahr nachzudenken. Und ich bin sehr dankbar dafür, denn es ist wunderbar, dass ich die Möglichkeit bekomme, zu lernen. Ich mache diese Arbeit jetzt schon über 30 Jahre. Und ich habe schon sehr viel mit Traumata gearbeitet. Und der Grund, warum ich trotzdem ein Lächeln auf dem Gesicht habe, Der Grund dafür ist, dass in der Arbeit mit den Klienten ich daran arbeiten kann, dass sie entdecken können, was sie als nächstes sich wünschen, das passieren solle. Und vor allen Dingen auch zu sehen, wie die guten Dinge, die sie sich wünschen, schon ein ganz klein bisschen beginnen. Und ich habe ganz vorsichtig dann gefragt, was ich meine Sicherheitsnetzfrage nenne. Und jedes Mal, wenn ich diese Frage gestellt habe, dann zeigte sich deutlich, dass der Klient oder die Klientin die ganze Erfahrung damit hineinbrachten. Und mehrfach bei euch allen dreien hat das bewirkt, dass ihr tatsächlich auf der Skala noch ein Stück weitergegangen seid. Und das fasziniert mich wirklich.